Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal der Electric Commuter. Ich habe heute einen Gast, das ist der Nico und der hat mir was mitgebracht. Und zwar haben wir heute hier den Ninebot Max G30D in der Version 2. Und daneben natürlich meinen Ninebot Max G30D in der ersten Version. Du kommst aus Solingen, ne? Ja, genau. Und du hast dir den gekauft, weil wir mal geschrieben haben und du dir bei mir das so ein bisschen angeguckt hast. Und hast dann gesagt, dann kannst du den nochmal zeigen. Und so machen wir das jetzt nochmal zum Probefach gehen. Ist ja schön, wenn man sowas vergleichen kann. Genau. Und das machen wir heute. Vielen Dank, dass du ja gekommen bist. So, wir gucken uns jetzt mal den Scooter ein bisschen aus der Nähe an. Zunächst erstmal die Anbauten, die nicht original sind. Da hast du eine Handyhalterung angebaut, ne? Und hier unten hast du einfach eine Tasche dran. Da ist aber jetzt kein Kabel und kein Akku drin. Einfach nur für ein Schloss, damit man das noch tragen kann. Und man sieht es auch hier rausgucken. So, jetzt gehen wir mal die Unterschiede durch. Da muss ich mir mal gerade einen Zettel. Zum einen haben wir eine andere Lenkerhöhe. Könntest du die mal nebeneinander stellen, dass man das mal sehen kann, wie viel das ist? Lass uns die mal einmal hinstellen. Also hier seht es, der neue, das ist nicht viel, ne? Das sieht man kaum. Das sind so zwei Zentimeter Unterschiede. Ich kriege es gar nicht auf der Kamera so richtig rauf. Das ist minimal. Wie sich das so ein Fahrbetrieb bemerkbar macht, das werden wir dann sehen. Dann haben wir ja beim alten G30D, haben wir ja hier den Gashebel und die elektronische Bremse. Und beim neuen gibt es jetzt nur noch den Gashebel und die elektronische Bremse gibt es nicht mehr. Da gibt es jetzt nur noch den Hebel, den man ja beim alten auch schon hat. Und anstelle des Bremshebels haben wir hier die Drehklinge. Die fand ich ja beim MyTill immer schon gut. Wobei der von Scooterhelden meinte, die klappert so ein bisschen beim Fahren. Kannst du das bestätigen? Ja, manchmal ein bisschen. Okay. Gut. Wenn natürlich dann das so gemacht wird, ist das nicht ganz so cool. Aber ich glaube, das ist nicht so ein tragisches Ding. Also ich glaube, da kann man mit leben. Dann haben wir hier die Lampe vom G30D1, erste Version. Und hier die neue Lampe. Und so neu ist die gar nicht. Also wenn ihr euch mal die Bilder vom G30 anguckt, der in Amerika verkauft wird zum Beispiel, dann seht ihr, das ist eigentlich nichts Neues. Das ist einfach nur generell, das ganze Design ist einfach nur von dem G30 näherempfunden. Und damit spart sich Ninebot einfach ein paar Arbeitsschritte, die sie jetzt für den deutschen Markt hier extra gemacht haben. Spannen die sich dadurch einfach ein. Die Reflektoren sind hier hochgewandert. Die waren vorher hier unten. Der Klappmechanismus, der ist ja bei meinem, hier mit dem Ring. Da kann man das hier raus machen und sichern und dann kann man ihn rumlegen. Und hier ist das jetzt anders gemacht worden. Hier muss man jetzt dieses Teil hochziehen und dann kann man ihn umlegen. Aber der Rest durfte gleich sein. Da gab es wohl einige, bei denen ist dieser Ring abgebrochen und diese Nase von diesem Ring. Und deswegen haben die das halt an dem Punkt ein bisschen geändert. Dann gibt es hier noch ein kleines Detail. Hier bei einem neuen ist das hier oben rot. Und beim alten ist hier das Gehäuse so ein bisschen weiß. Also durchsichtig. Ja, vom Ladegerät werden wir hier das gleiche verbaut haben. Da ist wahrscheinlich bei dir auch noch ein Kabel beigelegt gewesen. Und man kann ja diesen Fast Charger dazukaufen. Das ist also gleich geblieben. Und was hatten wir noch gehabt? Das hier oben ist so ein Minimal anders. Hattest du gemeint? Genau. Also. Der Gashebel ist natürlich auch ein anderer. Der Gashebel, ja klar. Also der Gashebel ist hier gelb. Da sieht man eindeutig, dass das da Ninebot einfach nicht viel Mühe gegeben hat, da groß was zu machen. Ansonsten hat sich nicht allzu viel verändert. Eine Sache ist noch ganz interessant. Es gibt ja für den Ninebot auch einen Gen 2 Motor. Und hier haben wir die Seriennummer von dem Motor. Die beginnt mit einer 6. Und bei meinem ist das auch nicht anders. Da blende ich euch Bilder ein. Das werdet ihr hier jetzt nicht erkennen können. Da ist auch die 6 am Anfang. Es ist so, wenn ihr den zweite Generationen Motor hätte, dann müsste dort eine 9 sein. Und wir haben hier bei beiden die 6. Das heißt, die beiden haben den gleichen Motor. Und fahren keine 40, haben aber dafür mehr Drehmoment? Fahren. Also wir haben 38 geschafft mit dem Gen 2 Motor. Haben aber dafür mehr Drehmoment. Also der Gen 2, der ist ein bisschen träger. Der beschleunigt ein bisschen langsamer. Aber dafür zieht er relativ lange mit relativ hoher Geschwindigkeit, während der normale G30D mit dem 1er Motor, ja so im späteren Verlauf, wenn man jetzt flecht, dann geht halt die Geschwindigkeit runter so auf 26 oder bis dahin. Also hier den Haken, den hat der Nico selber angebaut. Der ist nicht original. Ja, eine Frage, die mich jetzt halt interessiert hatte. Kann man den tunen? Und der wollen wir jetzt mal nachgehen. Also ich kann es schon mal vorwegnehmen. Man kann ihn tunen. Das geht eigentlich genau wie mit dem alten. Kannst du den mal anwerfen? So Leute, wir haben jetzt einfach mal den Motor angeworfen. Und auf dem Display sehen wir das gute Stück für 20 kmh. Ja, den Nico filme ich jetzt gerade mal. Ich werde jetzt mal probieren, den zu tunen mit meinem Handy. Ich habe die Bildschirmaufnahme an. Und wie ist die Scooter Hacking Utility? Der hat jetzt mal eine andere Nummer. Pairing, Pairing Successfully. Ihr seht, der hat die 1.54er Version drauf. Und die anderen Nummern, die kenne ich nicht auswendig. Aber ich glaube, das sind auch alles die neuesten, oder? Ja, alles das Neueste. So, jetzt können wir einfach machen Change Region, German Manöver. Dann piept da. Das ist ganz normal. Und jetzt müsste es so sein. Ich schaue mal auf das Bremsleuchter. Wenn ich das bremse, dann blickt die. Das hat er vorher nicht gemacht. Und wenn ich jetzt das Gerät mal anwerfe. Kürze hier mal 5. Der Zeck ist 33, aber mehr als 30 wird er am Ende nicht bringen. Und wir haben Tempo gemacht. Auf wundersame Weise, weil es in anderen Regionen erlaubt ist. Ja, soviel dazu. Und ganz genau wie sonst auch. Ausschalten. Einschalten. Und jetzt sind wir wieder bei 20, mega. Also da diesbezüglich unterscheiden, die sich eigentlich kaum. Ja. Ich sag kaum, weil... Naher findet doch einer irgendwas, ne? Aber ich wüsste jetzt nicht, wo sie sich da hinbezüglich unterscheiden. Okay. Soviel dazu. Dann würden wir sagen, wir gucken jetzt mal meine Rampe an. Und dann sehen wir weiter, ne? So, wir fahren jetzt auf die erste Rampe zu. Okay, ich habe aber den Eindruck, dass ich schneller vorankomme. Ja. Guck mal, das mal nochmal probieren. So. Okay. Wir probieren jetzt nochmal. Mal gucken, wer besser beschleunigt. Und los. Oh, jetzt bist du. Okay, das ist wohl doch nur ein Eindruck. Also was auf jeden Fall auffällt, der G30 D2. Der ist ein bisschen smoother. Also wie gesagt, ein bisschen weicher. Und meiner, der ist ein bisschen ruppiger. Aber er hat ja jetzt... Der Nico hat das Eindruck gehabt, dass er ein bisschen mehr Kraft hat. Das glaube ich nicht. Aber ja, das sind wir dann spätestens an den Steigungen. Bist du dann zufrieden mit dem Gerät? Ja, auf jeden Fall. Also bereust du den Kauf nicht? Du hast die 799 bezahlt, ne? Ja. Ja, ich hatte ja für meinen damals auch 799 bezahlt. Da vorne kommt jetzt die erste Steigung. Das ist diese 10% Brücke da. Für die Traktoren über die Straße. So, wir sind jetzt hier kurz vor der Brücke. Die 10% Steigung. Ich würde vorschlagen, wir machen das einfach so. Ich fahre mit deinem zuerst einmal. Dann tauschen wir einmal und fahren die gleiche Geschichte normal hoch. Und dann gucken wir mal, weil du wiegst, glaube ich, 8 Kilo weniger. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich wiege jetzt 124. Gut, jetzt wisst ihr auch, wie viel er wiegt. Also los. Gucken wir mal, mit wie viel kmh wir da oben ankommen. Also ich würde es darauf tippen, weil er ja leichter ist, dass er erstmal ein bisschen besser da hochkommen wird. Und wir fahren mit 20 kmh an. Kommt man lang, sollte man hochkommen. Ja, gucken wir mal. 14, 13, ja mal gucken, wie weit er noch runter geht. Eigentlich sollte jetzt Schluss sein mit dem Runtergehen. Ich glaube, 12 kmh war jetzt das Niedrigste. Er ist ein bisschen schneller, der Nico. So, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt fahren wir runter und dann tauschen wir und dann gucken wir mal, wie es da aussieht. Mal gucken, wie schnell der runter wird. Also ich gebe Vollgas und der rollt jetzt. 28, 29, 30. 31, 32. 32 habe ich erreicht. So, zweite Runde, jetzt fahre ich auf meinem eigenen, dem G30D in der ersten Version. Kaufdatum November 19. 2440 km hat er runter. Er fährt seine 20 kmh hier. Und gleich kommt die Brücke. Jetzt fällt mir gerade auf, dass du minimal schneller unterwegs bist als ich. Ja, das war glaube ich eben nicht. So, jetzt kommt die Steigung. Ich bin bei 12. Er schafft es mit 14. Aber 12 hatte ich eben beim G30D2 auch. Also das ist ziemlich dehnlich. So. Ja, da sind wir oben. So, wir fallen jetzt wieder runter. Eben mit dem neuen G30D2 hatte ich 32 kmh erreicht. Mal gucken, was ich jetzt mit dem schaffe hier bergab. Ja, sind auch schon bei 30, 32. Genau das gleiche. Wie schnell kommst du da runter? 30. 30, das liegt halt auch am Gewicht. Ja, aber leider zu meinem Nachteil. Dafür habe ich den Vorderberg ab. Ja, diesmal fahren wir mit den Scootern rüber zur nächsten Rampe. Normalerweise habe ich die ja immer ins Auto gepackt, aber die sind nicht weit auseinander. Also da wird jetzt nicht allzu viel Akku weggehen. Ja, also wir fahren jetzt einmal hier runter. Über den Schotterweg rüber zur 15% Steigung. Und gucken mal, wie der G30D2, den ich jetzt wieder fahre, wieder da hochkommt. Hier können wir mal Gas geben nochmal. Gucken, wie schnell ich werde. Aber bei 30 ist jetzt ja auch Schluss. Der Nico ist hinter mir. Und der Ninebot, der bremst mich jetzt wieder auf 20. Ich habe es einmal geschafft, mit meinem G30D gerade so diese Steigung zu schaffen. Und das kann gut und gern daran liegen, dass ich diese 6 Kilo abgenommen habe. Und das wäre jetzt cool. Das werde ich probieren mit dem G30D2, ob ich es schaffe, da hochzukommen. Ich habe das noch nicht auf Video. Okay, jetzt mal die 15% Steigung hier. Kann gut sein, dass wir jetzt wegen dem Radfahrer nach rechts ein Problem kriegen. Wir werden es gleich sehen. Ne. Ich muss leider bremsen. Aber hier hätte ich jetzt eh bremsen müssen. Dann hoffen wir mal, dass er mich hier hochbringen wird. Ja, neun. Das Problem ist jetzt, ganz oben wird es nochmal steiler. Aber ihr seht es. Er hat es geschafft. Wow. Gut. Das ist so. Limit. Ja. Zweiter Versuch. Hier muss man ziemlich doll bremsen, um rumzukommen. So, diesmal habe ich ein bisschen mehr Kmh und nehme mal einen vor mir. 10 Kmh. Also, ich habe den Eindruck, dass der G30D2 das besser macht. Aber, komm. Gerade so. Gerade so. Aber ich habe den Eindruck, der war besser. Kann so sein, ja. Also, minimal, ne. Meiner ist natürlich auch deutlich älter und so. Kann natürlich auch daran liegen. Aber ich bin derselbe Mensch. Selbe Strecke. So. Probieren wir es mal bei der 20% Steigung. Ja, hier sind wir jetzt bei der 20% Steigung. Die dann abflacht auf 15%. Wir werden jetzt gar nicht die flache Rampe machen, weil das ist ja uninteressant. Der hat ja schon gezeigt, dass er die 15% schafft. Und die flache Rampe sind hier irgendwann mit 7%. Oben sind es mal 10%. Wir fahren jetzt direkt die 20%. Mein Ninebot kann die, seitdem ich 154 drauf habe. Und deiner sollte es ja auch können. Der hat ja eben gezeigt, dass er minimaler schon ein bisschen stärker ist. Ich probiere mal den G30D2 zuerst. Bei ihm blinkt jetzt ein Balken und bei mir ist sogar schon einer weg. Okay, dann mal los. Okay. Wir kommen hier nicht so richtig auf Speed bei der Steigung. Aber jetzt haben wir doch die 17%. So, hier sind die 20%. Die hat er geschafft. Und jetzt geht es sehr langsam weiter. Das kennt man ja schon. Wie viel schaffst du noch? 5. 5. Ich habe 4. 3. Aber doch noch. Man muss jetzt weitermachen. Verdammt. Er müsste es eigentlich schaffen. Ich mache noch ein bisschen hin und her. Ja, jetzt hat er es. Aber war schon echt knapp. Irgendwie hat er am Anfang nicht so den Schwung drauf bekommen. Ich glaube, der beschleunigt ein bisschen langsamer. Der G30D2. Dann fangen wir die jetzt wieder runter. Problem mit dem, wenn wir jetzt Speedtest machen, von rechts kann einer kommen. Das war sehr selten, aber ich sage es mal. Deswegen bremse ich mal lieber. Irgendwie ist der Belag hier schlechter geworden. So, wir tauschen hier. So 8 bis 10 kmh ist der giftiger gefühlt. Ja. Bis zu der Geschwindigkeit. Ne, da ungefähr. Da ist das Stück 8 bis, weiß ich nicht, ob das zu 15 ist. Aber so da in dem Bereich habe ich das Gefühl, dass der hier weniger zieht. Okay. Ja, das hat man auch bei Scooterhelden, glaube ich, im Video schon gehört. Der hat auch schon gesagt, dass der ein bisschen sanfter anzieht, sagen wir mal. Ich frage, ob das wegen dem Gas-Türbel ist oder wegen der Technik. Motor sollte der gleiche sein. Wir können ja nur sagen, was wir beobachten. Aber auch der G30 D2 ist kein Fehlkauf. Definitiv nicht. So, jetzt mal mein Jutealter G30 D1 bei den 20%. Aber ich bin jetzt auch bei 17 wieder. Aber man hat tatsächlich das Gefühl, dass man schneller da ankommt. Bei mir ist es sehr knapp. Aber hier ist jetzt, glaube ich, der Punkt erreicht. Ab hier geht es jetzt flacher weiter. Dann kommt da wieder. Ja, also hier, das war jetzt 1 zu 1 das Gleiche. Ob mit dem neuen oder dem alten. Gut, wir gucken mal, wie weit wir gefahren sind. Und je nachdem, wie viel Zeit du hast, fahren wir den noch leer. Ja. Weitere Kräf. 1. 2. 3. 7. 8. 11. 8. 9. 15. 15. 16. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hi Leute, also wir haben jetzt ungefähr 30 Kilometer mit den Rollern zurückgelegt. Der Nico hat noch zwei Restbalken mit seinem G30D zweite Version und ich habe noch einen Restbalken mit meinem G30D alte Version. Und ja, ich bin die meiste Zeit meinen eigenen Roller gefahren, bis hin bin ich den vom Nico gefahren. Wir haben den Steigerungstest da mit drin und wir haben insgesamt 29,8, also fast 30 Kilometer jetzt geschafft. Hat Spaß gemacht? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.